So liebe Leute, nächster Teil steht da und herzlich willkommen zurück zu GRID und der Modified Speed Tour in der neuen Woche. Heute ist wieder Montag und das heißt, es geht wieder los, liebe Leute, mit der GRID heiße Action auf dem Asphalt. So, gucken wir uns mal so ein bisschen an Autos haben. Ja, ich nehme mal den Skyline. Los geht's. Das erste Rennen ist San Francisco und Nacht. Ich habe jetzt gar nicht noch zwei Rennen, sonst glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe. So, mal kurz gucken, wie mein Video aussieht, ja, ist dauernd aus. Auf geht's. Guten Abend San Francisco. Kristen, was fällt dir zu dieser Veranstaltung ein? Ich schätze, manche Fahrer sind in einer besseren Form als andere. Doch bei der GRID World Series ist schließlich alles möglich. Warten wir es ab. Danke. Auf geht's. So, von 14 starten, ne? Ich glaube, der muss jetzt gerade ein bisschen nach vorne hin. Ja, das ist ja mal ziemlich hart zu holen. So, jetzt kann es sich nicht mehr wehren. Ja, der Skyline ist nicht so schnell, aber ich weiß nicht, um es klar zu kommen. Verrückt, das war... Ja, der Subaru, der zieht mich so mehr auf der... Das ist gerade nicht so einfach nach vorne zu kommen. Aber ich wollte mal was anderes machen, bis in der Auswahl, der hat der Skyline. Boah, den hab ich voller Rüstorin. Und das war auch definitiv komplett verschätzt. Aber es gibt einen, der mich nicht motorkommen. Aber die Kollegen, der will mich gerade ein bisschen. Der will mich jetzt hier nicht vorbeilassen. Ja, traf ich ihn. Oh Mann, konnte mich nicht mehr wehren. Aber irgendwie... Nach der ersten Runde bist du auf dem dritten. Ja, einer ist doch vorne weg. Nee, Quatsch. Das ist der Führer hier. Jetzt haben wir die Führung. So, drei Skyline vorne weg. Ja, woher verwechselt die Mutter auch, muss ich mich auch weg. Ja, warte, einer haben wir es hin. Aber die hat vorbeigeht. So, Hundzeit in 2 Minuten 43. So ist es mir ein bisschen länger. Ja, ja. So. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, wir können jetzt das Party-Lapse zubauen. Untertitelung des ZDF, 2020 So, Runde Nummer 3 Bleib in Führung. Letzte Runde Ja, ich stimme jetzt jetzt gerade. So, Runde Nummer 4 Bisschen, Moment ist doch kappt jetzt zu. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, den haben wir zu sagen, nö, ich lasse es jetzt hier. Okay, die Rundenzeit ist nicht so lange, die Runden jetzt hier rennt. Du bist in der Mitte des Feldes und kommst in Runde 2. Dann haben wir da 4 momentan, also gut fahren oder bei? Boah, der hast du vorhin schon weg, ne? Ist das richtig? Das sieht aus der Karte so extrem aus. Da hängt jetzt hier vor, ne? Das ist ganz schön. Das ist voll gut. Das ist voll gut, wenn du in die Karte zu triehen, ne? Das ist voll gut. Was ist das? Das ist voll gut. Und jetzt sind wir zumindest ein bisschen in der sicheren Zone. Und jetzt können wir uns auch gut absetzen. Und jetzt geht es gleich in die letzte Runde hier. Letzte Runde. Bleib bis zum Ende in Führung. Letzte Runde, ja. Das wollen wir auch halten, die Freunde. Und jetzt geht es weiter. Da flog ein Teil, das ist gut für die Last. Ja, zwar mein Linker. Aber ich trage es. Es ist nur unnötig Ballast. So, jetzt kommen wir auf die Brücke, da runter und dann sind wir durch. So, jetzt kommen wir auf die Brücke. Das ist jetzt mal so. Wir müssen auch ein paar Mal mehr beimнутrücken. Ich bin mal einfach. So, für dich. Ja, ich glaube, dann haben wir auch, ne? Dann müssen wir es auch haben. So, das müsste jetzt auch Level 75 wieder drücken. Ja. Ja, dann haben wir es. Genau, die Modifikation ist auch durch. Dann haben wir das mit dem Skyler noch abgearbeitet. Ich glaube, dann sind wir durch. Genau. Und dann sehen wir uns mit dem Doppelschlag in Paris morgen wieder um 14 Uhr. Bis dahin. Tschüss.